Hallo und herzlich willkommen. Ich will euch heute ein Projekt vorstellen, an dem ich schon länger dran bin. Die, die mich besser kennen, die wissen, dass ich schon lange in einem Online-Job dran bin oder immer wieder auch mal. Unter anderem haben wir ja auch Brennholz auf der Webseite, das man bestellen kann hier. Wenn man jetzt da draufklickt, geht ein bisschen lang zum Laden und hat da noch irgendein Problem. Generell mit dem Laden, da muss ich noch dran arbeiten. Dann kommt man auf dieses Formular und hier kann man den Brennholz bestellen. Mit Lieferung und allem kann da auch sein, das ist eine Mobilfunkerze oder auch eine Besitzbank. Genau, aber das habe ich wie in diesem Shop. Und wer sich ein bisschen mit der Thematik auseinandergesetzt hat, weiss, dass eigentlich Shopify so der ultimative Anbieter ist für Online-Shops oder wo man die bauen kann, so wirklich einfach, das kann jeder, das kann auch ein Holzbäller. Und ja, das Problem ist einfach bei Shopify, das kostet irgendwie 39 Franken im Monat, das finde ich richtig teuer. Und darum, die haben immer so einen Probemonat oder drei Probemonate, was irgendwie nur einen Franken ist für den Monat. Auf jeden Fall, ich bin dran, diesen Shop zu bauen. Das ist das eine Produkt. Ihr seht, das ist so ein Vogelhäuschen oder das Vogelhaus ist hier. Das ist mehr ein Weihnachtsbaumschmuck. Ja, ich bin noch voll dran. Im Moment sieht der Shop in etwa so aus. Es ist noch recht einfach, es funktioniert noch nicht ganz rund mit der Zahlungsabwicklung und so weiter. Aber hey, für die, die es interessiert, ich werde da kommt schon mal ein Update machen. Ich habe endlich mal Zeit für diese Projekte. Hey, wir sehen uns. Alles Gute.